Und willkommen zurück zu Shadow of Colossus. Wir sind immer noch beim letzten Koloss. Und ich muss mir das jetzt anschauen, wie das funktioniert, weil das hat mich genervt, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Wir müssen mit dem Bogen arbeiten, auf das bin ich gar nicht gekommen. Wir müssen ein bisschen ausholen hier. So, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall oben auf seiner Handfläche rauf. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Die Horde, die wir uns nicht mehr haben. Die Horde, die wir uns nicht mehr haben. Die Horde, die wir uns nicht mehr haben. hier ist noch einmal ein das sie mir runterfallen hier Meine Zappel doch nicht so viel. Ich muss echt aufpassen mit der Ausdauer. Oh, zwei Schläge noch. Du kriegst mir nicht mehr runter. 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 Du kriegst mir Platz. Du kriegst mir nicht mehr runter. Du probierst mir nicht mehr runter. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Noch ein Minuto! Geh koude! Das war's für heute. Ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr weg. Ich spring einfach mal. Muss ich da rein? Oder kann ich hier nochmal vor zu ihr? Je weiter will, hier komme ich nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Soll nicht sein anscheinend. Ich bin mir einfach mal rein. Soll ich jetzt mal klar, dann gehen wir einfach mal rein. Soll ich mich da rein? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist eigentlich auch wie ein Tod für sie, weil was will sie machen da alleine? Hier kommt er ja nicht mehr weg. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Oh, Aro ist da, oder? Das ist doch noch überlebt. Das ist doch noch überlebt. Das ist doch noch überlebt. Gut, Leute. Damit ich sagen, was ist von dem Game? Alle Kolosse gelegt, auch wenn die letzten zwei ein bisschen blöd gelaufen sind, dann muss ich zwei Folgen machen, wer es nicht gleich gerafft hatte. Aber wir haben es doch noch irgendwie geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen supportet. Das ist doch noch überlebt. Genau, ansonsten schaut drüber auf den Kanal vorbei, auf die anderen Let's Plays. Da laufen ja noch einige. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns, bis bald, ciao, ciao. Euer Andi und viel Spaß beim Abspann noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.